Ja, Pfeile, Sprengpulver, die Knochen. Haben wir noch was? Nö, das sehe ich nicht. So, hier noch ein Apfel. So, Wolle. Bringe ich hinten weg. Ich bräuchte Schaufeln. Habe ich noch Holz? Ne, ich habe Leitern, die nehme ich gleich mal mit. Mit einem Stick und einem Holzblock. Ach, ich habe ja Holz. Ich bin ja so blind. Ich brauche noch ein paar Schaufeln. So, dürfte reichen. So. Fürs Erste. Hupp. Habe bitte ein so blöder Holzklotz übrig. Ja, jetzt nicht Umschalter drücken, weil sonst ist gleich mal das ganze Inventar mit Schaufeln voll. Das ist ein bisschen uncool. So. Und auf große Entdeckungstour müssen wir auch mal wieder gehen. Und nicht immer nur hier bauen. Denn mir geht jetzt unter anderem auch schon Eisen aus und so. Ist echt blöd. So. Jetzt mache ich hier den Berg nochmal kleiner. So. Packe ich hier mal die Schaufeln rein. Ne. So. Hier ist irgendwo ein Spawner in der Nähe. Ich kann mir nicht helfen. Und jedes Mal, wenn das Geräusch kommt, müsste, meines Erachtens, ein Spawner in der Nähe sein. Oder. Und in diesem. Ja, in der Nähe halt einfach. Wenn man sich einfach nur runterbuddeln braucht. Und schon ist er gefunden. So. Hoffentlich ist das nur ein Erdwall. Das wäre schön. Hätte ich jede Menge Erde gemacht. Aber Hauptsache ich habe. Ich höre hier ein Zombie. Wo ist der? Ich stelle doch nochmal kurz den Ton ein bisschen lauter. So auf 40. Oder 50. Fertig. Ich will jetzt irgendwo orten können, wo der Zombie hier röchelt. Hier drunter, oder was? Sehr interessant. So. Fahren wir hier das Zeug weg. So, so. So, so, so. Wäre auch lustig, wenn der Erdwall einfach nur da ist, um den Spawner zu verstecken. Aber eher unwahrscheinlich. Ich höre den Zombie immer noch. Der ist hier drunter. Ich rette dich, Zombie. Ich rette dich. Auch wenn die Erdmassen dich begraben. Ich rette dich. Nein. Inventar voll. Scheiß auf Sand. So, weg damit. Und ich gehe jetzt mal schnell ins Haus. Schlafen. Ne? Ich will hier keine bösen Überraschungen erleben. So. Durch hier. Die Schweine freuen sich. Denen geht's gut. Gut. So. Ab dafür. Wird eh wieder Zeit zu pennen. Mal. So. Türe auf. Türe zu. Wo haben wir das? So. Hingehauen. Gepennt. Kurz gestreckt. Na. Nehmen wir doch schon wieder ein bisschen auf. So. So. Ich bin hier echt gespannt, ob da wirklich ein Spawner drunter ist. Ich hätte schon lange keinen mehr gefunden. Gut. Die Dinger sind auch jetzt nicht so... So oft verteilt. Aber wäre schon cool. Ein Creeper. Ich schleiche mich heimtückisch an. Und töte den Unhold. Oder er probiert es mit mir. So. So kann man auch an Erde kommen. Mache ich hier gleich mal wieder dicht. Scheiße. Ich finde es doof. Scheiß Creeper. Machen hier immer so fiese Löcher rein. Dann ist man hier beschäftigt. Wenn man das wieder richtet. So. Gleich ich es andersrum an. Bevor er da sich hier noch mehr Erde verbrate. Dann müssen wir warten, bis über die Sache Gras wieder wächst. So. So. Jetzt habe ich den Huckel eh bald weg. Wenn ich hier gleich noch einen Zombie höre, dann buttel ich so lange, bis ich den Zombie finde. Verstanden? Und wenn es das letzte ist, was ich tue. So. Ich bring glaube ich gleich mal den Koppel hinter zur, ähm, zu der Hütte. Das mein Inventar leer wird für die ganze Erde hier. So. Hm. Hier ist irgendwie doch kein Zombie mehr. Aber das Ding besteht wirklich nur aus Erde. Das ist ja cool. So. Jetzt gehe ich hier mal schnell los und bringe verteiltes Zeug dort, wo ich es brauche. Nicht hier in meinem Inventar. Zum Beispiel die rote Wolle hier rein. In die gute Stube. Schön. Wie der Turm im Hintergrund so aufploppt. Ach, eigentlich könnte ich die gleich ranbauen. Ne. Ist hier mal fertig und so. So, 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 so. Dann sieht man hier Resultate. So. Ja. Hier ist noch so ein gutes Ding, was da nicht hingehört. So. Was haben wir hier noch herinnen? Nur Wolle. Ist ja das Wollhaus. Da ist in Kisten natürlich nur Wolle. Es sieht schon irgendwie gut aus. Es wird aber noch besser. Sicherlich. Vor allem wenn ich dann die Wände reingezogen, äh, also die, die Mauern reingezogen habe. Die Burgmauern. Hat der sicherlich Stil. Geht die Sonne in etwa schon wieder unter. Das gibt es ja bald nicht mehr. Das ist ja sehr komisch. Wenn man das hin und her gelaufen hier, das frisst immer so verdammt viel Zeit. Eigentlich, wieso bin ich hier eigentlich nicht das letzte Mal Sandfarmen gegangen? In der Wüste. Wäre irgendwie logischer. Aber naja, was soll's. Kommt halt vor. Man denkt halt nicht immer an alles. So. Zack, 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 zack. Der OR-Block hat mich jetzt gerade ein bisschen gestört. Deswegen musste er weg. Weg musste er. So, jetzt sortiere ich hier mal ein bisschen um. Gut, das... Der ganze Kobbel kann hier rein. Der Kies rein damit. Scheiß drauf. Kobbel. Die Leitern kommen rein. Die brauche ich auch mehr an hier. So. Und schon ins Inventar leer. Und schon können wir wieder zurück. Noch ein bisschen Erde schaufeln. Denn ich brauche sie. So. In Highspeed die Treppe runter. Äh, hoch. Und gleich noch mal. Weil's so schön ist. Nein, ich bin hängen geblieben. Alter, du bist hängen geblieben. Aber so wat von hängen geblieben. So, lauf Junge, lauf. Du wirst verfolgt. Lauf, lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie kriegen dich. Ah. So. Da schwimmt ein Wolf. Und ein Hundilein. Liebes kleines Hundilein. Ah. Entschuldigung fürs Gähnen. Ist ja doch ein bisschen anstrengend. Die langen Aufnahmen immer. So, jetzt mache ich hier den Erdhügel weg. Der besteht aber wirklich zu 90% nur aus Erde, hä? Mal gucken. Vielleicht stöhnt ja schon wieder ein Zombie da drunten. Ist aber irgendwo komisch, finde ich jetzt mal so. Vor allem, ich finde komisch, dass hier kein Stein kommt. Aber in dem ganzen Ding nicht. Kann man sich straight hier durchbuddeln, ohne dass hier was an der Steinmäßiges kommt. So, 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 so. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Erde raus. Komm. Natürlich sind die Sieds auch schon wieder vertreten. Die schönen kleinen Samen. Da ist die nächste Schaufel hin. Ich schaufel hier um mein Leben. So. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. So, da haben wir das soweit gleich fertig. Sehr. Da ist immer noch so hoch. Muss locker noch zwei runter. Ah, Stein. Oh mein Gott, wir sind auf Stein gestoßen. Könnte ich den auch gleich noch weg machen? Ich will zumindest die Ebene noch runter Wenn ich nicht mehr ganz so hoch bin Dass man hier auch mal Hinüberblicken kann Ist ja ab und zu nicht verkehrt So weit blicken zu können Ey alter du lässt tief blicken Aber jetzt darf ich bald mal mit dem Erdefarmen aufhören Ich glaube die Ebene mache ich noch Und dann ist Schluss hier Ah jetzt kommt aber der Stein auf breiter Flur Wundert mich Erst kommt gar nichts Und dann in Massen So den lasse ich jetzt mal Ein bisschen Struktur in der Landschaft Der muss auch sein So Habe ich gleich das ganze Inventar voll Mit Erde Scheiße ich habe jetzt fast die ganzen Schaufeln aufgebraucht Das gibt es ja nicht Ich schaufel hier zu viel Ich schaufel hier mir mein eigenes Grab So Und dann geht es wieder Zu der kleinen Burg Und dann fangen wir mal an So Auszumachen Wo hier die Mäuerchen so lang gehen Wäre halt nicht blöd Wenn das mal so geklärt wäre So Den schaffe ich jetzt auch noch Komm Gleich habe ich es So Komm Schneller Schnaufel Schneller Junge Keine Müdigkeit vorschützen So Weg 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 Hier kommt auch noch ein Häuschen hin Weil ich jetzt gerade so schön Die Fläche hier planiert habe Dann scheiße ich mal auf die Aussicht Dann sehe ich halt ein schönes Häuschen Wieso nicht Ich wollte sowieso links und rechts des Weges noch einiges machen So Es wird schon wieder ziemlich dunkel Da bringe ich mich lieber mal in Sicherheit Im Laufschritt Lauf Forest Lauf Und ich könnte da noch eine Schweine- und Kuhrunde machen Und die dann schlachten Die ich nicht mehr brauche So Also die dann erwachsen sind und so Ne Erstmal fett Kinder zeugen lassen Und dann umbringen Ist ja auch schön Ah Zombie Cool Ich habe ein Zombie auf dem Ohr Ich habe ein Zombie auf dem Ohr